Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von 3D Printing to You. Wir haben uns die Frage gestellt, ob es möglich ist, ohne Supportstrukturen zu drucken, wenn wir stattdessen die Schwerkraft als Hilfsmittel nutzen. Um das Ganze zu testen, haben wir kurzerhand einen unserer Drucker um 180 Grad gedreht. Im Bild seht ihr zwei unserer Drucker. Der untere wurde mit Kabelbindern an einem Tischgestell befestigt, der zweite steht darauf in einem Gehäuse. Zunächst haben wir uns zwei Testobjekte überlegt, an denen verschiedene Bauwinkel gedruckt werden. Das erste Testobjekt ist eine Schale. Für den zweiten Test haben wir diesen Fächer mit fünf Ebenen gedruckt. Und so sah unser Experiment dann aus. Die Teile wurden gleichzeitig oben normal und unten kopfüber gedruckt. Alle anderen Bedingungen waren konstant. Der gleiche Drucker, der gleiche G-Code, das gleiche Filament und das gleiche Haftbett. Könnt ihr euch denken, welche Schale kopfüber und welche normal gedruckt wurde? Es war für uns sehr überraschend, aber die Unterschiede sind tatsächlich minimal. Links seht ihr das normal gedruckte Teil und rechts die kopfüber gedruckte Schale. Einziger großer Unterschied, bei der Schale, die kopfüber gedruckt wurde, ist das Innere deutlich sauberer und glatter. Auch bei den beiden Fächern ist kaum ein Unterschied zu sehen. An dieser Stelle sind sogar genau die gleichen Fehler zu erkennen. Das Ergebnis unseres Versuches ist also, dass hauptsächlich die gleichen Fehler an beiden Teilen auftreten und kaum ein Unterschied zwischen den Bauteilen erkennbar ist. Somit ist nicht die Schwerkraft, sondern hauptsächlich die geringe Auflagefläche zwischen den einzelnen Schichten dafür verantwortlich, dass Supportstrukturen benötigt werden. Nun wisst ihr, dass ein Kopfüberdruck keinen nennenswerten Qualitätsgewinn bringt, aber ihr habt auch gesehen, dass es problemlos funktioniert. Also wenn ihr Platzmangel habt, könnt ihr euren 3D-Drucker auch unter die Decke hängen. Abschließend noch ein Tipp von uns. Supportstrukturen solltet ihr unter einem Überhangswinkel von ca. 50 Grad zur Bauplattform einsetzen, um ein ordentliches Druckbild mit einer glatten Oberfläche zu erhalten. Wenn euch das Video gefallen hat, wir würden uns über ein Like und ein Abo freuen und lasst gerne einen Kommentar da, wie ihr den Test fandet. Wir sehen uns in unserem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.